Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg, den wir unter Erkunden finden und dann Battle for Azeroth. Und zwar heißt der Husch, kleine Hüpfer. Und für diesen müssen wir insgesamt 10 kleine Frösche finden, die sich hier in Nazmir befinden. Das sind ja so Sprossen von dem Krakwa, das ist so ein Loa. Und die müssen wir nach Hause scheuchen. Und dazu habe ich mir schon zwei Makros erstellt, die quasi hier die TomTom-Koordinaten einmal zeigen. Da braucht ihr, falls ihr die Makros auch wollt, sind unten in der Infobeschreibung mit drin. Und da braucht ihr das Addon TomTom, dass ihr euch die auf die Map basteln könnt. Beziehungsweise ihr könnt einfach gucken, ich werde sie alle einfach mal zeigen. Das erste Ding haben wir hier auf den Koordinaten 52, 42. Das ist quasi, wenn wir die Map einmal ein bisschen größer machen, hier. Und zwar müssen wir da einmal hier in diese Ruine rein. Und dort haben wir den ersten Frosch hüpfen oder sitzen. Den hauen wir jetzt einfach mal an, schau ich mal weg. Dann hüpft er hier langsam los. Und wir müssen jetzt eigentlich einen angerechnet bekommen haben. Genau. Und ich würde sagen, wir laufen mal zum nächsten weiter. Dann sind wir jetzt am zweiten Spot. Und zwar ist es hier unten bei den Koordinaten 26, 41. Und der ist hier ein bisschen in einem Baum drin. Und zwar müssen wir da unten so ein bisschen in die Wurzeln rein. Und da hockt da die hättelige Kröte. Und dann müssten wir den zweiten angerechnet haben. Und ich würde sagen, wir schauen zum nächsten weiter. Dann haben wir hier Nummer 3. Und zwar bei den Koordinaten 33, 61. Hier unten neben dem Alli-Flugpunkt. Und der hockt hier in der Höhle drin. Und da haben wir ihn mal ein bisschen, ja, so sandmäßig angehauchten. Den hauen wir auch an. Und dann haben wir Nummer 3 am Start. Dann sind wir beim vierten. Und zwar hockt er relativ offen hier in so einem kleinen Flussbett rum. Das ist hier oben bei den Koordinaten 21, 69. Hier in dem Flussbett. Und da hockt er einfach in grün gehalten an dem, ja, an dem Baum, beziehungsweise an den paar Sträuchern hier. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind wir jetzt einmal hier unten bei den Koordinaten 26, 77. Und wir wollen hier hin. Das ist aber ein bisschen versteckter. Und zwar hatte ich jetzt eben nochmal nachgelesen, wo das anscheinend sein soll. Es ist nämlich in der Höhle drin, aber nicht in der unteren Höhle. Oh, das ist der Katrax. Ah, nee, das ist ein kleinerer. Wir müssen nämlich hier nicht in die Höhle rein, sondern wir müssen hier hochlaufen. Dann einmal dort hoch. Und ich ziehe jetzt einfach mal alle Mobs mit. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Hier hoch. Und dann haben wir hier... Oh, da haben wir eine Kiste. Soll ich die mal mitnehmen? Komm, die nehmen wir die Kiste. Die Zeit haben wir die Kiste nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt mal in die Höhle rein. Und tadaa, da hockt unser Frosch. Ja, also das Mark war jetzt nicht vielleicht hundertprozentig richtig. Zack, da haben wir ihn. Also sprich, das Mark war das, wo man starten soll und hier einfach einmal in die Höhle oben reinlaufen. Und dann hat man ihn. Und ja, vielleicht pullt ihr nicht wie ich hier diese ganzen Elite-Mobs. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist der hier ganz hinten bei den Konraten 24, 91. Und ja, da sitzt er hier einfach in der Ecke und schaut komisch. Ich habe erst unten geguckt, aber der ist tatsächlich quasi oben. Den klicken wir einmal an. Und dann sind wir mittlerweile schon bei sechs Stück. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die letzten vier noch. Dann, am nächsten Spot angekommen, sind wir einmal hier ganz unten. Und zwar bei den Koordinaten 45, 91. Und dort läuft er einfach hier vom Fluss hinter. Und dann kommt er hier an. Hinter, ja, hier ist so ein bisschen Wasserfall. Aber da kann man relativ gut durchschauen, weil der ein bisschen gesplittet ist. Also man sieht auf jeden Fall von außen schon mal die Höhle. Und ja, wer hätte es gedacht, wir müssen in die Höhle rein. Denn unser Frosch versteckt sich da. Und zwar haben wir ihn da hinten drin. Und den drücken wir einfach an. Oh, er betäubt uns. Okay. Oh, warte mal, ich muss das anders machen. Das orientieren. Na? Na? Okay, wir müssen das anders machen. Wir müssen ihn töten. Ich habe leider keinen Stun mitgeskillt. Normalerweise habe ich einen Stun mitgeskillt. Aber für so ein bisschen PvP-Action, die wir in letzter Zeit gemacht haben, habe ich mich umentschieden und habe hier Marston Tangle mitgenommen, um fliehende Gegner ein wenig Einhalt zu gebieten. So, jetzt aber also Gegner umgeboxt. Und jetzt können wir einmal den Frosch hier anklicken. Zack. Und dann müssten wir jetzt sieben haben. Ja. Und dann noch drei, die wir brauchen. Den nächsten Frosch haben wir hier unten. Und zwar bei den Koordinaten 56, 64. Und da müsst ihr quasi hier in diese Mulde reinlaufen, wo die Instanz ist. Und dort sitzt er dann hinter ein paar Bäumen. Also sprich, es gibt hier einen Weg runter. Also hier ist der Weg, der so runterführt. Und dann müsst ihr hier quasi einmal durch zwischen den Bäumen. Und dort sitzt nochmal ein sehr, sehr, sehr ansehnlicher Frosch. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal die nächsten beiden an. Acht habe ich jetzt mittlerweile schon. Ja, der nächste Spot befindet sich hier unten an diesem kleinen See im Flusssystem quasi. Bei den Koordinaten 68, 59. Und dort ist es so, dass nicht nur so ein kleiner Fisch patrouilliert, der uns hier fernhalten möchte. Sondern da unten ist auch so ein Skelett. Und da müssen wir nämlich hintauchen. Und schaut euch mal hier diesen Lichtfall an, der so reinfällt. Macht schon echt was her, muss ich sagen. Das macht echt was her. Jetzt gehe ich mal in die Robbengestalt. Und wir schwimmen hier unten mal rein. Und dann haben wir nämlich unter dem Skelett hier nochmal eine Höhle, die man von außen auf keinen Fall sehen kann. Und wenn wir dann hier runterschwimmen, haben wir da einmal den Frosch. Klicken wir an. Und jetzt müssten wir bei 9 sein. Ah, okay, es hat ein bisschen Delay. Und ja, jetzt brauchen wir noch einen. Und ich würde sagen, da schauen wir mal hin. Ja, dann kommen wir zum allerletzten Frosch. Und zwar befinden wir uns jetzt hier bei den Koordinaten 65, 50. Und dort ist der letzte Frosch. Und zwar nicht hier oben, sondern wir müssen uns einmal in eine Unterwasserhöhle begeben. Wie gerade eben auch schon. Hier unten rein. Und dort haben wir eine Muschel. Die klicken wir jetzt mal an. Keine Ahnung, was die macht. Ah, wir kriegen hier ein Fleisch. Und wir haben den letzten Frosch. Den drücken wir einmal. Und dann müsste mein Achievement kommen mit ein bisschen Verzögerung. Da haben wir es. Ja, damit wären wir durch. Ich hoffe, der eine oder andere konnte sein Achievement damit ein bisschen schneller bekommen. Sollt euch das Ganze gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tilo A. Bis zum nächsten Mal. Ciao.